Was ist die kausale Materie? In den Veden steht geschrieben, dass wenn eine materielle Welt, das heißt wenn ein Weltall von einer Jifatma geschaffen wird, mit allen Galaxien, Metagalaxien, Sonnensystemen und Planeten, auf denen zuerst Ordnung geschaffen wird und dann neues Leben entsteht, muss es dafür, um das alles erschaffen zu können, bereits eine bestimmte Erfahrung geben. Genau diese Erfahrung sammeln die Jifatmas im vorangegangenen Weltall. Wenn ein Weltall geschaffen wird, dann formen die Jifatmas, diese individuellen, selbstleuchtenden Teilchen des ursprünglichen Lichts, diese Welt und sammeln darin ihre individuelle Erfahrung. Und wenn das Weltall nach einer für den Menschen unendlich erscheinenden Zeitdauer wieder in sich zusammenklappt und vernichtet wird, dann bringen die Jifatmas ihre gesammelte Erfahrung in eine Art gemeinsamen Topf. Das heißt in den Veden werden die Jifatmas mit Bienen verglichen, die auf eine Wiese hinausfliegen, um dort Nektar zu sammeln und um diesen Nektar weiter zu Honig zu verarbeiten, um ihn anschließend in einem gemeinsamen Topf abzulegen. Genau dieser, in Anführungszeichen Honig oder anders gesagt die Erfahrung, die von den Jifatmas gesammelt wird, bezeichnet man als kausale Materie. Darin ist die Erfahrung aller Manifestationen und Vernichtungen der vorangegangenen Universen enthalten. Das wird auch als Inglea oder als Ursachenmaterie bezeichnet. Die im Wort Inglea enthaltene Silbe In steht für die Ying-Energie oder auch für den Anfang des Universums. Das ist das, woraus die materielle Welt besteht. Im Christentum wird es als Staub oder als Ton bzw. als Lehm bezeichnet, aus dem alles entstanden ist. Wenn also ein neues Weltall entsteht, dann wird jede Jifatma, die in die Weiten dieses Weltalls hinausgeht, mit dieser kausalen Materie umhüllt. Somit enthält jede Jifatma in sich die vollständige Erfahrung aus dem gesamten Ozean der kausalen Materie. Die kausale Materie, welche die Jifatma in Form des kleinen Tropfens aus dem Ozean der kausalen Materie mitnimmt, gleicht in ihren Eigenschaften und in ihrer Zusammensetzung dem Ozean, aus dem sie entstammt. Aber jede Jifatma trägt nun ihren eigenen Tropfen aus dem Ozean der kausalen Materie. Und dieser Tropfen gibt der Jifatma die Möglichkeit, die Erfahrung der Jifatmas aus den vorangegangenen Universen zu nutzen, um ihre eigene neue materielle Welt zu erschaffen. Diese kausale Materie trägt jedoch auch die Erfahrung der Zerstörung in sich. Deswegen bezeichnen einige Mystiker diese negative Erfahrung als das Sphärenzentrum oder als den Samen des Teufels, welches in jedem lebendigen Wesen innewohnt. Das gibt den Lebewesen nicht nur die Möglichkeit, positive, sondern auch negative Erfahrung zu sammeln. Genau diese negative Erfahrung, die die Jifatma aus den vorherigen Universen mit sich trägt, beginnt im Laufe der evolutionären Entwicklung der Jifatma, sich zu manifestieren. Aber die Jifatma erhält in ihrem Leben nicht mehr Prüfungen, als sie aushalten kann. Deswegen beginnt das Sphärenzentrum nur dann stärker auf das Bewusstsein der Jifatma zu wirken, wenn sie immer weiter evolutioniert. Deswegen heißt es auch im Volksmund, dass der Weg der Selbstvervollkommnung auch der Weg im Kampf gegen die eigenen Dämonen ist. Diese Energie der Selbstzerstörung zeigt sich früher oder später in jedem von uns. Aber man kann nur das zerstören, was in Wirklichkeit nicht existiert. Je tiefer sich ein Mensch in der evolutionären Entwicklung befindet, desto unverständlicher und beängstigender erscheint für ihn diese zerstörende Kraft. Aber wenn die Jifatma in ihrer evolutionären Entwicklung aufsteigt und ihr Bewusstsein immer weiter entwickelt, desto verständlicher wird für sie diese zerstörerische Kraft. Denn die Erhabenheit des Bewusstseins und ein größeres Verständnis der göttlichen Naturgesetze qualifizieren sie dazu, diese zerstörerische Kraft besser bändigen zu können. Als Ergebnis dieses Kampfes gegen die eigenen Dämonen erlangt die Jifatma eine noch größere Erfahrung als die, die sie in diese Welt mit dem Tropfen der kausalen Materie mitgebracht hat. Das heißt, die Jifatma muss lernen, die im Sphärenzentrum befindliche und aus vorherigen Universen mitgebrachte Ursachen Materie zu bändigen und zu verarbeiten, um bestimmte Lebensprüfungen zu bestehen. Und diese Prüfungen geben der Jifatma die Möglichkeit, eine noch umfangreichere Erfahrung zu sammeln als die, die sie mitgebracht hat. Wenn die Jifatma den dunklen Evolutionsweg einschlägt, das heißt, wenn die Jifatma sich von den dämonischen Mächten leiten lässt, dann verdichtet sich die Festigkeit der kausalen Materie und diese Materie wird als Karoch bezeichnet. Das ist der dämonische Weg der Evolution. Was ist der Unterschied zwischen dem hellen, also dem göttlichen Weg, der Evolutionsentwicklung und dem dunklen, dem dämonischen Weg? Wenn sich die Jifatma auf den dunklen Weg der Evolution begibt, dann denkt und handelt sie auf folgende Weise. Es gibt das Ich und das Nicht-Ich und alles, was nicht Ich ist, das wird Ich. So beschreitet sie den Weg der Aneignung. Sie verschlingt alles in sich hinein. Auf diese Weise verdichtet sich die materielle Realität um die Jifatma herum. Dieser dunkle Prozess führt dazu, dass die Jifatma zu einem schwarzen Loch evolutioniert. Sie verschlingt alles um sich herum und die materielle Realität verdichtet sich immer stärker. Das ist der dämonische Weg der Evolution. Wenn die Jifatma jedoch den hellen Weg beschreitet, dann denkt und handelt sie folgenderweise. Es gibt das Ich und es gibt das Nicht-Ich und ich werde zu dem, was Nicht-Ich ist. Sie beschreitet den Weg der Ausdehnung. Sie identifiziert sich mit allem um sich herum, was sie mit ihrer eigenen Energie umfasst und durchdrängt. So bekommt sie die Möglichkeit, sich noch weiter auszudänen. Das ist der göttliche Evolutionsweg. Zusammenfassend kann man sagen, dass diejenigen, die den dunklen Weg beschreiten, diese materielle Realität verdichten und diejenigen, die den hellen Weg beschreiten, diese materielle Realität realisieren. Das heißt, sie beleben die kausale Materie. Die verdichtete Materie wird als Karoch bezeichnet, vom russischen Wort Karat, was auf Deutsch übersetzt Zusammenpressen oder Verdichten bedeutet. Und die Materie, die, nachdem sie von den Jifatmas, die den hellen Evolutionsweg beschreiten, verarbeitet worden ist und sich in Erfahrung verwandelt hat, die dem Wohlergehen aller Lebewesen dient, wird als Siaira bezeichnet. Das Wort Siaira kommt vom russischen Wort Siaj, was auf Deutsch übersetzt Leuchten bedeutet. Siaira ist also die leuchtende und beseelte Materie. Auf diese Weise entsteht auch der Lichtkörper am Ende der menschlichen Evolution auf der Erde. Es gibt also diese beiden Entwicklungspfade, den linken und den rechten Evolutionsweg. Auf diese Weise sammeln die Jifatmas sowohl negative als auch positive Erfahrung. In den Veden steht geschrieben, dass die Jifatmas die Finger und die Hände des Allmächtigen sind, mit deren Hilfe er sich selbst betastet und somit sich selbst erfahren kann, um sich noch weiter zu entwickeln. Diesem Zweck dient die Erschaffung eines neuen Weltalls, einer neuen Realität. Wenn also, wie bereits gesagt, nach einer für den Menschen unendlich langen Zeitdauer das Weltall wieder in sich zusammenklappt und zerstört wird, dann bringen die Jifatmas ihre gesammelte Erfahrung in einen Topf und dort wird diese Erfahrung vom Allmächtigen Schöpfer verarbeitet, wodurch er sich selbst noch besser und tiefgründiger erfahren kann, um dann ein noch größeres, noch vollkommeneres und noch umfangreicheres Weltall zu erschaffen. So wird der Evolutionsprozess des Allmächtigen oder des ursprünglichen Lichts Ra beschrieben. Und unsere Ahnen, die Völker, die zu der Rasse gehören, haben den Weg der rechten Hand ausgewählt, den hellen Evolutionsweg, den Weg der Ausdehnung und der Verarbeitung der ursprünglichen kausalen Materie in Siaira, also in die leuchtende Materie. Wir sind also unserer Natur nach Götter und keine Dämonen. Die Dämonen dagegen wählen den Weg der linken Hand und sie haben ihren eigenen Evolutionsweg. Sie sind ganz andere Wesen und haben einen völlig anderen Lebensweg, der für uns absolut fremd ist. Wir, weiße Menschen, wir stehen auf dem Weg der Erleuchtung, das heißt auf dem Weg der Ausdehnung. Wir helfen anderen Völkern, sich zu entwickeln. Genau diese Verantwortung, die wir übernehmen, um anderen Völkern zu helfen, unterscheidet uns von anderen Völkern. Unsere Ahnen, die zu großen Göttern geworden sind, haben ebenfalls den hellen Weg der Evolutionsentwicklung beschritten. Denn sie sind es, die diese materielle Welt geschaffen haben. Sie sorgen dafür, dass diese Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Sie sorgen dafür, dass es die Luft zum Atmen gibt, dass es Wasser gibt, dass die Gravitationskraft funktioniert. Genau das ist der helle Weg der Evolutionsentwicklung. Er besteht darin, um sich herum Ordnung zu schaffen und anderen Shifatmas die Möglichkeit zu geben, in dieser Ordnung ihren eigenen Lernprozess zu durchleben und zu lernen, selbst den Lebensraum um sich herum zu ordnen. Das ist unsere Natur. Das sind die Lebensprinzipien aller weißen Völker.